Das ist Uncut auf Vinyl. Das sind die Jungs hier von vorne. Das ist der neue Finder. Hollywood Uncut auf Vinyl. Ab jetzt zum Hochswipen. Absolutes Must. Bestes Deutschrap Album 2020 laut Big Toe. Trust me, I'm the doctor. Habt ihr verstanden? Das ist Uncut auf Vinyl. Und ihr könnt sie besitzen. Inklusive der Hit-Single niemand unter 1000. 50.000 Teile transportiert im Honda Civic. Ja. 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 Ja.